Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung mit meinem freundlichen Kollegen Thorsten. Boah, die kennen uns ja mittlerweile. Und wer nicht, schämt euch. Ja, stimmt allerdings, lassen wir ihnen folgen. Ja, wie ihr seht, haben wir schon zwei Tüten fabriziert und aufgebaut. Ja, ich bringe ihn raus hier. Ich bin jetzt bei Tüten Nummer 3. Wir sind jetzt bei Tüten Nummer 3, wo nur 3 sind. Perfekt. Lass uns mal ruhig da stehen. Du, was ist das so? Du, was ist das so? 4600 Teile, was will man aber an, ne? Merk, merk. Mammusprojekt. Aber es macht Spaß. Weißt du, wie viele Supporters für dieses Stück gab? Über 10.000. Über 10.000? Das ist Minimum, oder? 10.000 ist Minimum. Ja, ich meine, jetzt so, wie viel es wirklich gab. Ja, waren einige. Sonst hätten sie es auch gar nicht gemacht. Ja, vor allem so groß. Ja, das auch. Man hätte es vielleicht auch kleiner machen können. Du kannst ja auch abstimmen, wie weit du bereit bist, Geld auszugeben. Ja. Oder wie teuer es werden soll. Ja. Und da haben wir bestimmt alle gesagt, über 5, also über 3, über 100, ist mir egal. Oder es gibt bei Lego einfach einen riesen Ghostbusters-Fan, der sich gedacht hat, oh je, das ist nicht gut. Ja, nicht gut. Tam, tam, tam. Ist wohl den gleich. Sollen wir auf der Station gehen? Ist wohl den gleich, ist wohl den gleich. Nein, du bist ja schon am bauen. Ich kann ja momentan nichts machen. Ein Teil, oder ist der... Ein flacher. Einen, den habe ich gedacht. Ja, da ist er. Der eine Ring. Der eine Ring. Der eine Stein. Hast du unsere Zuschauer schon rangeführt? Ja, ja. Mittendrin statt nur dabei. Ohne GEZ-Gebühren wurden gemerkt. Ja. Ja. Langsam müssen wir das Radio rausnehmen. Aus den Gebühren. Ja. Es gibt immer mehr Radiosender, die nur noch online verfügbar sind. Was das ziemlich traurig ist. Und die sind dabei, die Ultra-Kurzwälder abzuschalten. Nee, ne? Angeblich. Oh, nee. Vor allem, das sind viele ausländische Sender. Richtig. Und ich habe schon gesagt, jetzt, wo wir so viele Migranten hier haben, wäre das fatal, die abzuschalten. Ja, richtig. Finde ich auch nicht schön. Also, noch ist nicht offiziell, aber so wie es aussieht, arbeiten sie daran. Das wird eine Laterne. Eine Laterne. Oder? Nee, das ist nur ein Pfosten. Das ist nix Laterne, ne? Doch, doch. Das ist wahrscheinlich schon bei Tüte 13. David, irgendwo vielleicht eine Laterne, ne? So. Jetzt können wir wieder mit dem Hausbau weitermachen. Ja, wir müssen das wieder drehen, sonst kommen wir nicht mehr ab. Oh Gott. Stimmt. Stimmt. Kein Problem, ich sehe gleich auch nichts mehr. So, fangen wir da unten an, ja? Ähm, ja. Da, wo der Herr, das kann ja auch nicht mehr so unterbrochen war. Tja, was brauche ich denn da? Einen weißen Einer, einen grauen Einer. Ich suche vor allem die Klappen. Genau, die suche ich vor allem. Oh, die Klappe, die suche ich. So, was hier. Nein. Geht doch nicht anders. Die werden zusammengekloppt. Wie, die werden zusammengeklappt? Ach so. So. Ja, du hast ja recht. Damit das auch aufgeht. Ja, ist ja gut. Passt ja recht. Alles rum wäre es... Ging es nicht mehr auf. Dann wäre es für immer zu... War doch richtig. Nur mal theoretisch würde das gehen. Ja? Ja. Okay. Das wollte ich jetzt nochmal wissen. Dann eben wegen der Optik. Ja, nun, das ist ja auch in Ordnung. Aber rein mechanisch hätte es keinen Unterschied gemacht. Ja, ist ja okay. Mensch. Hast du nie aufgepasst in der Mechanik? Ja, ich habe neulich schon auch gesagt, es gab eine Zeit, da konnten wir berechnen, wie irgendwelche Himmelskörper fliegen müssen, um immer an derselben Stelle zu sein. Also, das ist nicht mit rotieren, genau. Das konnten wir mal berechnen. Ja. Das ist wirklich lange her. Das ist lange, lange her. Richtig gut konnten wir es nicht, aber das war auch ziemlich zum Schluss vom Abitur, muss ich sagen. Das war ziemlich zum Schluss. Und es gab auch nur einen, der Abitur mit Physik gemacht haben. Achso. Ja, ja. Der muss das natürlich können. Wir haben dann nur noch daneben gesessen. Ja, ist klar. Aber es ist schon spannend. Glaube ich gerne. Ich komme dir mal mit. Was machst du hier? Ich mache die aus dem Wand. Ja, ja. Bäm. Genau, die. Graue, einer fehlt noch. Okay, noch eine Mauer, einer. Genau. Die Mauer habe ich. Ja. Niemand hat die Absicht an dem Wand. Genau. Ja. Ja, niemand hat die Absicht. Und wir reißen sie auch direkt hier ein. So, jetzt brauchen wir eine Tür. Ja, noch eine Tür. Was ist das? Die Eingangstür, oder? Die Seitentür. Die Seitentür, ja. schwarzer Pumpe. Grau. Grau, grau. Aber ähnlich kommt das Tor. Ja, das Tor muss ja auch mal kommen, ne? Hä? Was ist das? Das da. Dieses Vierer mit dem... Ne, das ist glaube ich kein Vierer. Doch, das ist ein Vierer. Also laut, äh, Bild eher. Ja, ja, schon. Aber da sind Löcher drin, oder? In den Vierer. Oder ist das... Ne, das ist das nicht. Ne, das ist das nicht. Der fehlt auch noch eine Tüte. Da ist es. Ach, der hier. Da ist es. Ah, ich habe noch was ganz anhandigesucht. Ich habe noch was anhandigesucht. Kann ich anhandersuchen. Ja, stimmt. Kannst ruhig blättern. Ich darf blättern. Hm. Darfst du. Heilige Schriften, der größt hat noch. So, dann kommt hier an der Seite. Also nicht das Haupttor, sondern... Ja, für das Haupttor war es ein bisschen klein. Schließlich muss der Wagen durchpassen. Ja, das war es hier auch schon. Ja. Jetzt kommt nächster Mauerabschnitt. Ja, dann mache ich hier die Ecke. Ja, wir wollen jetzt die Seite hoch. Ja, was nicht so einfach ist. Das ist ein bisschen, da muss man aufpassen jetzt. Ach, kein Pümpel. Ja, nicht so. Pümpeli-Pümpel, mit Pümpel, ohne Pümpel. Pümpel, Pümpel. Pümpel, weil es auch wieder innen anders aussieht wie außen. Hm, genau. Da muss man ein wenig Achtung geben, was man denn wohin setzt. So, und das. Dann mache ich das hier vorne mit, okay. Wo ist er hin? Da. Ich züchten. Ich bin schneller, nicht rein. Auf ewig verbannt. Ja, ein paar Warnungscontainer. Ja, der kommt nie wieder raus da. Ja, in den Comics sieht man ja auch, wie der so aussehen soll. Das ist eher drin. Der Container, ach, niedendrin. Gut, war. Ja, wie es vor allem funktioniert, mit Magnin oder was, keine Ahnung. Womit hält man Geister fest? Schalt zu sagen. Da haben wir so eine Scheinwelt dann. Ja, vor allem gibt es mehrere Geister. Ja, ja. Da sind ja auch eine Menge drin. Es gibt hier nicht nur einen vollbeweglichen Klasse-5-Dunst. Wie die Slimer ja so schön bezeichnet werden. Es ist auch leicht hergerubelt, glaube ich. Aber mein Gott. Ja, passt. Oh, jetzt geht's ab. Ja, ich bau elfmal das. Ja, ich bau einmal das. Ach, das sind die Fenster, ne? Die du da hast. Elfmal. Du, das ist, was wir gesehen haben, das ist eine Lüftung wahrscheinlich, die ich hier jetzt bauen darf. Das kann sein. So, Aircondition haben sie in Amerika ja alle. Das ist in Deutschland ja nicht ganz so gebräulich. Hier nennt man das Fenster. Ja, okay. Stimmt. Ja, aber du denkst, was das an Strom ballert jedes Mal. Elfmal. Jetzt stell dich mal nicht so an. Wir haben schon Schlimmeses gebaut. Ja, stimmt. Es ist immer Steigerungsweg. Oh, da habe ich auch direkt den... Stein für gleich. Ja, die kommen dann hier hin. Zack. Ja, genau. Machst du schön fertig. Ja, einmal habe ich ja schon. Deswegen sind hier so viele Fenster drin. Ja. Die fallen die Scheiben, ne? Die Scheiben auch, ne? Die Fenster-Scheiben. Finde ich schön. Die hätten ja auch einfach nur die so haben können, die Rahmen, ne? Ach, das wäre dann mal. Das wäre doof gewesen, ja. Entwicklung und Produktion nicht. Die sehen halt immer nur das Material. Klar. Wenn du es selber bauen könntest, kannst du das Handy für 150 Euro nachbauen. Das kannst du bei Android aber auch. So. So. So soll das dann. Das sind dann immer so Sachen, die ich nicht verstehe. Ist das denn richtig so? Ja, doch. Das schließt ab. Nee. Das soll ja eigentlich auf meiner Höhe sein. Eigentlich. Nee. Muss ich gleich mal gucken. Ja, das ist wahrscheinlich, dass einer mal die Dinger herzlichen. Ach, einmal habe ich in der Mitte getan. Kommen die in die Mitte? Die kommen in die Mitte, ne? Deswegen sieht das auch so. Ja, die kommen ja in die Mitte. Ja, das geht dann wegen der Mauerwerk schon. Ja. Ja, dann helfe ich dir jetzt. Ach so, mit denen, ach so. Ja, ja, das schließt dann mit ab. Andert geht das nicht. Machst du die Fenster einheitlich? Spricht das Glas immer drin, beziehungsweise draußen? Nein, machst du nicht. Okay. Wissen Sie, das ist jetzt einmal drin und einmal draußen. Das war nicht. Oh, das wollte ich ja eigentlich nicht. Nö, wollte ich nicht. Wollt ihr denn eigentlich beide draußen? Nein, das ist so. Eigentlich schon, ne? Ja. Nur, damit es keine Missverständnisse gibt. Gut, dass du das gesehen hast. Hör mal. Deutsches Handwerk. Ja, Häuslebau. Scharfe, scharfe Häuslebau. Und so. Und wir nehmen wahrscheinlich deswegen flache Zweier, weil flache Vierer nicht funktionieren würden. Oh, das ist auch passt, ne? Das ist schon cool. Das ist schon cool. Cool sagt man auch nicht mehr. Nein, sondern? Ich weiß nicht. Heute ist alles Porno, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. Gerade ihr Jugendlichen, ihr müsst wissen, was man heute sagt. Und das gesellschaftlich Negative wird immer ins Grusel gezogen. Zudem. Früher war alles schwul, was nicht gut war. Stimmt. Und da gab es Zeiten, wo es ein Schimpfwort war. Ja, manche Wörter haben schon Wandlungen hinter sich. Ja, ist schon interessant, ja, wie sich das verändern kann. Dann war alles cool, dann war alles geil, dann war das Porno. Alles läuft. Oder wenn irgendjemand doof ist oder wenn du jemanden nicht magst, ist er Psycho. Ja, genau. Und daraus kannst du dann ganz tolle Sätze machen. So, Psycho von Hitchcock ist ein Pornofilm. Das hat der Jochen Meimsheimer, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Comedy, aber auch ein bisschen Covering hat er es mal gebracht. Bist du bei dem letzten? Echt jetzt? Unglaublich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, äh, jups. Krass. Ja, so schnell geht das? Hast du gedacht, das dauert jetzt die nächste halbe Stunde? Ja, hab ich mit gerechnet. Ja, so viel ist es nicht. So aufgängig. Fünfmal. Ach so, die kommen nach innen. Wobei hier direkt... Die sehe ich gar nicht. Die sind hier innen. Aha. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Oh oh. Was? Oh nein, der kommt da nicht hin. Der kommt hier hin. Genau, anders so genau. Echt. Und schon hast du hier eine schöne Rand innen drin. Und noch zwei hier bei dir. Genau. Das hab ich gesehen. Sehr schön. Das war es auch schon, ne? Die Haftung? Nee, hab ich nicht. Hahaha. Warte mal, das ist dieser hier. Das ist der, das ist der und der hier. Okay. Ich geb mich geschlagen. Das war... Ja, passiert. Nein. Doch, warte mal nicht. Gut. Machen wir auf der Seite weiter. Mhm. Du hast gerade das Gelenk schon gebaut, damit ich es nicht wieder falsch reinsetze. Genau. Hahaha. Hahaha. Richtig. Ja, ja, ja. Nimm ich dir das gleich auf. Ich denke mit. Denken Sie mit? Ja, so macht er das immer mit mir. Ja, so bin ich. Gemein. Morgens, wenn er aufsteht, ist er so, woran er denkt, wie kann ich ihn heute ärgern. Ja, ich überleg mir immer Gemeinheiten. Ja. Und dann... Vor allem, das sammelt sich. Wir sind es jetzt auch nicht jeden Tag. Bestimmt. Und dann krieg ich es auch volles Fund. Ja, da habe ich auch genug Zeit. Hahaha. Es wäre schön, dass du es mal zu willst. Verdammt. Erwischt. Warte mal. Der hier fehlt noch da hinten. Ah ja, der. So was hier. Und hier vorne war nichts, ne? Ja. Das ist alles gelegen. Okay. Boah, jetzt geht's. So. Ja. Mach du mal. Ich muss mal ausprobieren. Nein. Ich drück mich nicht. Nein. Das stimmt. Das tust du in der Tat nicht. So. Und gleich ziehen wir eine schöne irgendwas hier drüber. Ja. So. Irgendwas. Fußboden vielleicht sogar. Ne. Fußboden kommt höher. Fußboden kommt höher. Muss ja. Aber das wird jetzt alles ein erheben. Das ist schön. Ich brauche mal kurz ein bisschen Mauer hier. Ich finde die Idee mit der Doppelwandigkeit gar nicht verkehrt. Ne. Ich auch nicht. Das hat Stil. Das sieht innen dann schön ordentlich aus und außen wie es aussehen muss. Soja. Hat Stil. Hast du auch schon was bewertet bei Lego? Noch nicht. Muss ich. Also nach dem. Also kurz was das Haus werde ich auf jeden Fall jetzt bewertet. Ja. Musst du mal machen. Nach dem Auto. Scheiße. Ja. Dann. Ja. Ich würde es erstmal selbst aufbauen. Ja. Muss ich erst ein Bild machen. Klar. Klar. Das finde ich aber toll wenn der irgendwo Rezensionen liest. Von irgendwelchen Leuten. Was ich meistens irgendwelche Filme. Was ich irgendwie scheiß Film blablabla. Ohne noch gar nicht verkauft wurde. Wie geht das denn? Frage ich mich dann noch. Wie können die Leute Rezensionen über Filme schreiben. Wenn sie die DVD noch nicht gekauft haben können. Nein. Vielleicht haben sie jetzt ein Kino gesehen. Warte mal kurz. Hier stimmt was nicht. Der ist irgendwie tiefer. Warum ist der tiefer? Das habe ich auch schon gesehen nochmal. Wie kann der noch? Aber ist so. Ich vermute dass da noch was zwischen kommt. Kann man sagen. Ja wir wissen. Der sehe ich auch nicht zwischen. Das ist die Tür. Die Tür. Dann hast du über der Tür. Die Fenster. Dann hast du dieses Ding. Ja genau. Und dann kommen die Fenster drauf. Und dann kommen die Fenster drauf. Und dann kommen die Fenster drauf. Das ist schon richtig. Also wir haben nichts falsch. Guck mal. Auf die Fenster kommt auch nichts. Da ist nichts. Wo das eine Ebene ist. Das ist auch eine Ebene. Wie kann das denn angehen? Da fehlt definitiv. Da fehlt was ja. Definitiv fehlt da andere. Ja so ein Flaches. Irgendwie was ja. Ja. Aber da ist nichts. Also wir haben nichts vergessen. Also so können wir es nicht zusammen machen. So gehen. Ich meine klar. Man könnte die Tür immer wieder rausnehmen. Irgendwie. Wenn man doch mal was sieht. Ja das eigentlich was man machen kann ist. Ein bisschen hier so hoch halten. Ah warte. Dass es nicht ganz drauf ist. Was dann jetzt? Da kommen noch zwei Grauel runter. Hä? Ja. Oh. Musst du weiter nach vorne blättern. Mein Fehler dran. Weil ich hatte die Tür. Ist nicht schlimm. War auch nicht schlimm. Das ist. Schande war meine Haupt. Ja ok. Was mich jetzt mal interessiert hätte. Das probiere ich mal aus. Ja so kriegst du die Tür nämlich auch gar nicht auf. Ach so ja. Hat alles seine Richtigkeit. Ja. Und jetzt. Oh. Welch wundern. Wunderte Technik. Er kann gehen. Er kann laufen. So. Problem beseitigt. Ja. Das ist nie passiert. Danke tausend. Danke tausend. Ach Gott. Alles gut. Es macht ja auch irgendwie Spaß solche Sachen rauszufinden. Wenn man mal was falsch gemacht hat. Das gehört ja irgendwie dazu. Zum Tüftel. Ja. Tüftel muss sein. Ja natürlich. Lego heißt ja nicht nur bauen. Das heißt ja auch mal nachdenken und gucken wo die Fehler sein können. Zumindest gehört es für mich dazu. Bestimmt schon ja. Fehleranalyse gehört dazu ja. Genau. Analyse. Analyse. Ja. Das kann man mathematisch ausrechnen, wo der Fehler war. Ja. Big Bang Theory. Bei den Schnittpunkten. Wir vermischen heute alles. Ja. Warum nicht? Machen wir ein Best of Lego. Ja genau. Bei so einem großen Zentrum kann man das ja mal machen. Ach klar. Wobei Sheldon würde dann wahrscheinlich sowas sagen. Rein physikalisch ist es völlig unmöglich Geister einzufangen. Genau. Und ich habe auch noch nie einen Geist gesehen. Außer Pini vielleicht, wenn sie zu viel Schminke auch haben. Sind sie mit der neunten Stahl und will jetzt auch Deutsche anfangen. Ja, habe ich schon ein paar Folgen gesehen. Ja, ich habe es auf Englisch schon gesehen. Also die vier Folgen habe ich schon gesehen. Die auf Deutsch sind. Ja. Auf Englisch habe ich noch nicht weiter geguckt. Geht auch nicht weiter. Die Hänge irgendwie bei Folge 6. Oder sowas. Okay. Mhm. Aber was ich wirklich mal gespannt bin von wegen Ghostbuster Reload mit den Frauen. Da bin ich auch gespannt. Also ich habe das echt für einen Witz gehalten am Anfang. Das sieht sehr offiziell aus. Ja. Vor allem, es gibt ja nochmal einen Kinostahltermin bei Kino.de. Das ist ja eine offizielle Seite, wo man Starttermine für Deutschland zumindest nachgucken kann. Da steht es ja sogar drin. Was das an Lizenzkosten alleine verschlingt. Ach, das haben wir hier auch nochmal, ne? Ja, auf der anderen Seite. Okay. Ja, richtig. Ich glaube, die haben den im Neu verfilmt, weil 30 Jahre Ghostbusters, ne? So her ist. Ja, klar, dass die alten Schauspieler nicht mehr dafür herhalten, das ist auch... Verständlich, ja. Irgendwas haben wir hier verbucht. Ja, ja, da haben wir... Hier, die ganze Reihe haben wir vergessen. Ja. Ich wollte ja sagen, das haut doch irgendwie vorne und hinten nicht hin. Doch, ja, die wollen das noch getrennt haben, ja? Ja. Dann kommen die drei. Diese kleinen weißen Dinger hier. Ne, aber warum mit Frauen, das verstehe ich halt irgendwie nie. Ich auch nicht. Ich meine, nichts gegen euch, aber... Ghostbusters hat nun immer Kerle vor Augen, oder? Vielleicht ist das doch das Problem, dass die dann gesagt haben, ne. Hier ist erst recht, oder? Vor allem, ich habe sogar einen Trailer gesehen dazu. Ich nicht. Ich weiß nicht. Ich kann da erstmal nichts mit anfangen. Wir werden es abwarten müssen. Es gab ja schon einige Filme, wo ich gesagt habe, nö, die waren dann doch ganz okay. Ja, gibt es immer wieder mal, ja. Ja, klar. Dafür sind doch der bleibt frei, denke ich. Es gibt ja auch manche Trailer, die aber nur schlecht gemacht sind. Dabei ist der Film ganz gut. Stimmt, ja. Gibt es auch hin und wieder mal. Häufiger ist es aber andersrum. Ja. Ja, Pets. Habe ich nicht gesehen. Den Film kannst du noch nicht gesehen haben, aber den Trailer vielleicht. Den Trailer habe ich gesehen, ja. Der erste Trailer, genial. Mhm, genau. So, und jetzt habe ich... Jetzt rückt ja irgendwann ein Release, von wegen Kino und so. Und dann kommen ja immer noch mal zwei, drei neue Trailer raus. Wie das ist? Jetzt weiß ich schon, der Film ist Mist. Okay, jetzt schon? Ja, weil es ist mit dem Trailer total verhauen worden. Okay. Ich habe echt gedacht, es ging immer nur darum, tue zu, was dann in den Haushalten passiert. Genau. Richtig, ja. Ist das richtig, dass einer frei bleibt? Ja. Sieht so aus. Ne, hier vorne. Ne, das nicht. Diese Lücke hier. Das nicht. Hier vorne fehlten einer. Das ging weit. Ne, und im zweiten Trailer geht es, oder im dritten Trailer, ich weiß es nicht, dann geht es dann schon auf einmal darum, dass ein Tier abhauen und die ihn wieder retten wollen und so. Ach so. Da ist der ganze Gedanke von eben. Der ganze Gedanke weg, ja. Ja. Ich meine, klar, dass die mal rausgehen und Spaß haben, das verstehe ich auch. Aber dass dann eine abhauen oder... Weiß ich nicht. Das macht es dann wieder fade irgendwie. Weil das gab es alles irgendwo schon. Das gab es schon, ja. Richtig. Ja. Deswegen. Hat einer direkt runtergeschrieben, toll, Kinokarte gespart. Weil wir angucken, klar, man wird sich das mal anschauen. Vielleicht mal anschauen, ja. Auf DVD-Ausleihen oder so. Ich fand das echt schade, dass das dann so... Ach, die haben wir auch... Ach nee, die haben wir noch gar nicht gesetzt. Ach, deswegen sind das die... Ah, verstehe ich das. Aber da musst du noch diese Pumpe dran machen, ne? Ja, das kann ich im Nachhinein noch. Ich wollte es nur sagen, nicht, dass... Nein, 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 nein. Ich hab das schon gesehen. Ne, das würde ich vergessen. Nein? Die übrig bleiben, wenn ich mich wundere. Ich wollte erst mal gucken, ob die so da reinlassen. Deswegen hab ich die... Ja, ich mach's ja gar nicht. Was ich schon überlegt hatte, es gibt bei Amazon eine schöne Box von Disney und Pixar. Ja, richtig. Die hab ich auch schon gesehen. Die ist gar nicht mal so teuer für 80 Euro oder so. Da hast du ja große Krabbeln drin und so weiter. Ja, vor allem Toy Story 1 bis 3, Monster AG 1 und 2. Mhm. Und dann noch 3, 4 andere Filme. Da war ich schon so kurz davor. Ein zweier weiß. Mir fehlt noch so ein rundes Ding. So was hier? Ne, nicht einen doppelten. Einfach nur. Komisch. Geht auch mal ne Tüte an. Ne, es gab ja damals schon mal so ne Box, irgendwie 20 Jahre Pixar oder so. Die ist ja richtig schweineteuer geworden. Wenn du bei Ebay und so mal guckst. Hm. Mir fehlt hier der runde Pöppel noch. Das ist jetzt im Moment zwar nicht lebensnotwendig, aber er ist erstmal nicht da. Stimmt. Ich sag ja, da fehlt noch ne Tüte. Ne Kleine wenigstens. Ja, dann such noch mal. Wo fehlt dir denn der Zweier? Hier oben. Ja, hier oben. Ja, genau. Da fehlt sogar zwei. Der Hanf, den er muss durchgesickt werden. Genau. Ja, manche Fette ist auch, wenn man schon viel gebaut hat. Aber so vielen Tüten, schon. Weil wir haben irgendwo was falsch gemacht. Ich hab ja auch nix mehr. Die nachfolgenden Sendungen verschieden sich. Da haben wir den Zweier genutzt. Das war ja auch richtig. Wo soll man den Zweier denn verbaut haben? Den baust du ja auch nicht mal eben so rein. Stimmt, ja. Aber der eine fehlt ja jetzt auch bei mir. Welcher einer? Ah, der Pumper, ja. Dieser Grau. Oder hast du irgendwo einen hingesetzt, wo keiner hin sollte? Jo, ich. Also das zum Ministerium haben wir schon mal gelöst. Warte mal. Nee, gut, dann nimm's halt weg. Dann gucken wir deine Nummer. Ja, schau mal, ob der was mit dem weißen Zweier eigentlich hat. Ja, hier. Warte, hier hab ich ihm gesehen. Ja, hier vorne den haben wir benutzt. Das ist auch richtig so. Ja, die. Das ist der hier. Der muss auch so. Den hast du auch. Genau, das sind diese Dinger. Die hab ich ja noch schnell zusammen gesagt. Ja, wie ihr seht, wir müssen wieder plattern. Aber so kann das nicht da drauf, oder? Nee. Das ist ja nebeneinander. Ja, stimmt. Das ist nebeneinander. Hast recht. Wo hat die Tüte nochmal angefangen? Das ist die Frage. Ach, so vor zehn Seiten oder so. Das ist das Problem, wir haben irgendwo was. Ich wüsste auch nicht, wo wir uns ersetzen können. Ich auch nicht. Hier ist noch ein Zweier. Wo ist der drin? Bei dem Bogen. Also bei dem Bogen. Ja, auf die Idee kam ich auch schon. Hier so die Ecke oder so, ne? Nein, wir müssen wieder aufmachen. Ja, warte mal. Vielleicht gar nicht mal so viel. Ich nehm das auch noch mal. Nur nicht bewegen. Ja, hier, hier. Hast du's gefunden? Ja, dann nimm die zwei raus. Die zwei sind das. Die zwei sind das. Wie konnte so was passieren? Die Frage ist, wie kriegen wir das wieder zusammen? Ja. Ja. Das kommt so irgendwie. Ja. Irgendwie ist gut. Geil. Oh mein Gott. Was ist das jetzt hier? Das kommt hier oben irgendwie. Ach so, die Ecke fehlt. Alles klar. Ja. Ich blätter ja gerade schon so weit. Irgendetwas so. Und der kommt hier noch rein. So, jetzt haben wir's. Alles klar. Gerettet. Ne? So. Der kommt da rein. Sieht so gut aus. Und der kommt da rein. Ja. Ja. Und jetzt haben wir die zwei Zeuer über. Siehst du mal bei ich? Siehst du? Ja, ja. Passiert. Ne, deswegen sag ich ja. Jetzt lass mich nur noch mal gucken, wo diese Pämpel genau hinkommen, damit wir die auch wirklich über haben. Nein, das muss andersrum. Das geht so nicht. Tu die Anleitung bitte wieder an. Danke. Oh, langsam wird's groß und schwer. Ja. Außen, 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 die innen. Gut, dann haben wir sogar einen über. Das ist in Ordnung. Einen über ist immer gut. Ja. Dann passt das doch. Alles super. Perfekt. Weitermachen. So. Das fehlt trotzdem was. Kannst du mir noch nicht erzählen. Ach so, das haben wir schon. Das haben wir schon. Der Rest hatten wir ja. Ich wollte gerade sagen. Juhu. Ich darf das Tor machen? Oder wolltest du? Ja, bitte. Ja, ja, der Gautschuh. Kein Geist haben die Wacht. Da kommt ein Da. So könnt ihr sehen, wie schnell sowas geht. Rucki zucki. Ein Teil nur falsch und schon fehlt was. Ja. Schon hast du verkackt. Tja. Ich kann ja schon mal die Fenster hier befenstern. Befeuern. Die Fenster befenstern. Ja, das sind noch so viele hier. Heute unter Glasern. Du hast schon die Fenster befeuert. Dann könnt ihr das schon mal ein bisschen vorarbeiten. Das sind auch noch mal so 11 Fenster. Und hinterher stellt sich raus. Ups. Das war Absicht. Da kommen gar keine Scheiben rein. Jao. Jao. Die Scheiben sind nur dafür da, damit sie hinter dem Boden liegen, weil jemand eingebrochen hat. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Weil sie arbeitet ja dann mit diesem Restaurations-Ding. Und gerade da passiert dann auch was. Ne? Also du hast schon ein bisschen... Solche Zufälle hast du in Filmen natürlich immer wieder. Ja. Das fand ich ein bisschen doof. Vor allem was mich so ein bisschen... Was ich schade fand. Wobei das ist im ersten Teil genauso. Hm. Ich habe tatsächlich mal gegoogelt und geguckt, ob das irgendwie auch eine wahre Geschichte war. So nach dem Motto gab es Gosa vielleicht wirklich? Ja. Oder gibt es diese Theorie zu diesem Gott und so? Richtig, ja. Gab es nicht. Gar nichts. Es ist wirklich rein erfunden. Wäre cool gewesen, wenn es da eine Geschichte zugegeben wäre. Ja, aber es gibt ja viele Mythologien oder so. Wo man dann sagt, lass uns mal was draus spinnen. Genau wie bei Vigo. Hm. Oder so. Dass es da vielleicht mal ein Bild gab, was irgendwie... Da gibt es ja auch immer wieder mal Geschichten nach dem Motto. Gibt das? Das Bild hat einen Angestahl oder sonst irgendwas. Gibt das? Jetzt mache ich auch... Ne, den Fehler habe ich nicht gemacht. Siehst du? Die müssen nach innen. Ne, nach außen. Ja, ja. Ich gucke nur gerade, ob alles drin ist. Ob alles drin ist. Das sieht gut aus. So, dann kommen die wahrscheinlich hier so rein. Ähm, hast du ja auch hier... ...die... ...grauen... Jetzt haben wir noch was drauf, oder nicht? Ne, eigentlich... Da. Daher kann noch so eine graue Platte drauf. Hä? Aber wo ist die? Ja. Da kannst du ja auch eine blaue-braue Platte drauf setzen. Hier, guck einmal das. Ja, das ist der hier. Das hier. Ach, das ist so ein... Aufpassen. Nein, das ist doch der hier. Das ist der. Ja, den ich nicht in der Hand habe. Nein, den ich dir gegeben habe. Nein. Doch. Gucken wir mal auf das Bild. Ach so, meinst du das? Ups. Ja, ups. Okay. Ich bin immer noch Sonnengrau. Genau. Ich hoffe, das ist dann jetzt noch richtig. Kommt das nach innen? Nach innen, ja. Das gehört genau andersrum, wie das Zeichen dann da wahrscheinlich drauf kommt. Das Kuss macht das Zeichen. Muss ja auch irgendwo befestigt sein. Ja, Moment. Jetzt bin ich hier aber zu hoch. Oder... Ne, ist jetzt noch nicht richtig. So. Passt, ne? Passt. Passt nicht. Passt. Doch, ja, ja, alles gut. Okay, 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 okay. Obtische Täuschung. Okay. Obtische Täuschung. Ja, ich bin auch getäuscht worden. Ich bin an der Täuschung. Ich kann schon mal wiegen. Ach du Scheiße, was geht denn hier? Jetzt kommt überall erstmal was drüber hier. Ne, hier gar nicht mehr. Aber das ist dann der Wiegung, wenn du so ein Baby brauchst, okay. Dass du dann in diesen Körper kommen kannst, ist auch okay. Der ganze Film ist irgendwie okay, ne? Ja. Ja. Ja, das stimmt schon. Das ist nichts Besonderes, wenn du nicht. Aber gut finde ich, dass du dann die Freiheitsstatue dann zum Leben erfickst. Gerade das finde ich irgendwie alber. Vor allem, wie kommen die auch, wenn man da auch... Ja, das Symbol, was... Weiß ich nicht. Das ist doch ein Keckman sein, genau. Weiß ich nicht. Aber ausgängig die Freiheitsstatue. Und dann steilen sie das Ding noch mit dem Nintendo Joy. Hey, das ist das Beste. Ja. Mit so einem klassischen Ding da. Das ist genial. Da hat Nintendo auch gesagt, ja, wir haben die Power, ne? Das war ja gute Werbung für die. Ja. Haben sie ja diesen positiven Schleim genommen dafür. Ja, es ist alles leid herwohl. Mhm. Dann dachte ich immer so, okay, das ist halt auch ein positiver Schleim. Irgendwo muss es nicht herkommen. Ja, den haben wir ja selbst gezüchtet, sozusagen. Ja, der war aber auch merkwürdigerweise einfach mal da. Ja. Eine Stunde. So, ich glaube, ich hab's. Doch, das sieht gut aus. Ist da vorne nicht noch was? Nein. Ach so, hier vorne. Ah. Da sieht noch aus. Ja, da hast du recht. Warte, das muss ein ziemlich langer Flach sein. Langer, genau. Steht ja auch noch mal weg. Ohne Dachende, ne? Ja, ohne. Ja. Habe ich. So, jetzt hast du alles. So, man kann da was nachsagen, ja. Ja, die Tür habe ich hier. Open the door. Oh, mit vier Fenstern. Ja. Gut, dass du die vorbereitet hast. Ja, ich hab's schon geahnt. Das ist jetzt aber auch intelligent, was die da machen. Ja. Ja, das wären die Eingangstür, ne? Ja. Also diese, für die, für die Feuerwehr-Auto. Wie soll denn dann hinter der Ecktur da durchpassen? Das werden wir sehen, ne? Also ich hab ihn ja einfach extra mitgebracht. Ja, wir wollen das ja mal nicht vorher kritisieren, aber ich bezweifle, das geht's schon. Wir werden sehen, ich lass mich überraschen. Weil es ist ja in dem Tor eine kleine Eingangstür nochmal drin auch, ne? Stimmt, ja, nochmal ja. Ich weiß nicht, ob das das wird, oder ob das wirklich die Tür wird. Das wird die Tür. Das wird die Tür. Ja, genau. Die wird so eingehakt, ne? Ja, hier ist ja das Eingangstür. Ja, ja, ja. Genau. Alles klar. Na gut, dann kann's doch passen. Ich... Jetzt wird der ultimative Test, oder? Das wird... Warte... Mit der Rex ist das heute. Vielleicht noch heute, ja? Man weiß es noch nicht. Wieso? Vielleicht. Na ja, erste Etage, drei Stunden. Schon sportlich, ne? Ja, wir machen dann auch vielleicht mal eine Mittagspause. Nein, wir ziehen das durch. Nein! Ja, selbstverständlich, hast du mir gedacht. Mittagspause. Nix, Mittagspause. Ja, das ist, ne? Ja, dann hängen sie mal ein, dafür sind die Haken da. Du musst nur gucken, wie rum. Ja, so rum. Geht nur in eine Richtung, ne? Guck mal. Ah, okay. Und jetzt machen wir die andere Seite. Tada! Interessant. Ja, stimmt. Die Tür kannst du nicht drehen, okay? Nee, kann man nicht drehen. Ich hätte sonst gedacht, dass das nach außen kämen. Ja, dachte ich aber auch. Aber die kommt so hin. Kommt da hin. Tja. Die wissen schon, was sie tun. Die Großposter sind nicht. Die wissen nie, was sie tun. Alles nur Spekulationen. Das ist das hier. Was ja auch interessant ist, im zweiten Teil gibt es weitaus weniger Geister als im ersten Teil. Ist mir auch aufgefallen, ja. Vor allem die Sperranlage ist kaputt. Die ist ja nun mal ausgeschaltet. Die können ja nicht einfach so wieder hochfahren, denke ich an. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Oh. Das ist nur eine gute Sachtfrage, ja. Haben sich wahrscheinlich gedacht, oh der erste Teil war so geil, wir machen zweiten Mal eben. Halbes Budget. Das ist die Frage nach wohin die Fenster, nach innen oder nach außen. Das bleibt die Hörer lassen, oder? Ne, wobei hier sieht man schon, dass sie wegzeigen. Außen sind, ja. Nein. Kannst du, ne? Ne, kann ich tatsächlich nicht. Muss denn einer umsetzen. So viel muss sein. Nein. So viel muss sein. Ja, das sieht besser aus. Ja. Macht ja auch Optik. Optik für die begeistert. Komm natürlich jetzt auf der anderen Seite. Die Fenster sind außen. Ja, sind sie auch bei mir. Jetzt sieht man es auch. Oh. Das war's. Haus kaputt, das kaufen wir nicht. Oh. Ja. Ja. Wann los? Bei der einen Tür, flupp und gut. Und bei der anderen, oh. Ja. Voll der Fail. Scheiße. Was denn da? Was soll denn so reparieren? Oh. Oh Gott, das darf nicht wahr sein. Ja, guck doch. Kann ich nicht. Du bist rausgerufen. Oh nein, was ist mein Tor kaputt gemacht? Ja, so. Wird schon weg was. Mein Tor. Oh Gott, nein. So. Du machst der ganze Torbogen kaputt. Das ist da. Nee, war's ein. So. Geh doch. Hast du es? Ja, jetzt. Eifach. 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 Ich bin gleich schon fertig. Ja, während du da gebastelt hast, hab ich mir schon alles zurechtgelegt. Ja, sehe ich schon. Mhm. Gut. Noch mehr Regen drin. Mann, Mann. Die haben aber vier Regen. Wie heißt es New York? Stimmt. Nein. Nee, das stellen wir mal nicht. Ja, gut. Lass mir die letzte so abmachen. Das ist ein lange, dann kommen da zwei kurze rein. Warum auch immer. Drei kurze rein? Bei mir kommen wir lange rein. Naja, deins ist ein bisschen anders. Ah, jetzt passt es auch. So, dann kommt da, der bleibt frei. Und dann kommt nur einer. Und dann kommt der da drauf. Ja, genau. Ja, genau. Wahrscheinlich, damit man es klappen kann, haben die eine Lücke gelassen. Ja, richtig. Sonst kommt da nicht rum. Du würdest einander stoßen. Ja, das war ja beim Simpson-Haus auch so. Ja. War auch immer diese Lücke. Stimmt. Hast du dich? Ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Es war gestern. Von wegen. Von wegen. Neues Jahr. Neues Zeit. Neues Set. Neues Glück. Die sind ja extrem lang. Genau. Schön. Dann können wir hier auch nochmal ein Schild-Dingen hin. Jetzt. Richtig schön. Der eine bleibt wieder frei. Kommt hier der Bursche drauf. Peter 3 neigt sich dem Ende. Du bist schon wieder eine Leiter, ne? Ja. Weil ich... Was? Schnell bin. Für die Leggings. Das hätte sie hier jetzt wirklich so ansehen. Das ist doch was zum Strom. Hahahaha. Wir können uns halt für die Leggings hier an. Der hätte von Howard sein können. Stimmt. 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 Wettkampf, ja. Ja, echt. Also ich bin fertig. Der bleibt frei, dann kommt hier sowas dran. Noch diese Einerfäne hier bei dir. Ach, da ist ein flacher Einer, oder? Genau. Ja, gut. Blätter mal rum. Ja, fehlt dir noch ein kleines bisschen. Ich darf auch wieder kleben. Ja. Gussbusters darf ich kleben. Da. Ne. Feierabend. Feuerhaus. Ja, das wäre ja mal eine Feuerstation. Eine Feuerwache. Ich dachte, ich dürfte Gussbusters geben. Ha! Zum Schluss, mein Freund. Kannst du noch von träumen. Wir haben den Pinöckel dafür noch gar nicht gebaut. Nee, Pinöckel. Das kommt gleich erst. So, immer Feuerhaus. Aber das ist noch Haus nochmal, oder? 75, 80, 70, oder? Das sieht ich für Furnummer. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Müsst du mal in der Werbung nochmal gucken, wie die... Die geben ja da ihre Nummer an. Ja, 555-2368 meine ich. Aus dem Kopf jetzt. Äh, ach, sorry. Warte mal kurz. Jetzt muss ich mal gucken, was hier passiert. Die musst du da drunter und dann hochklappen. Das Feuer. Dann krieg ich das mal da drunter. The Feuer. Nee. Das haut nämlich so gar nicht hin. Doch, doch. Nee, das ist... Das ist sich im Weg. Das ist das Problem. Aber das Schild ragt weiter nach unten, als wie ich's dürfte. Beziehungsweise das... Ja, stimmt. Das ist sich gegenseitig im Weg. Das ist aber doof. Ah, wieder was falsch gemacht. Nee. Ist ja alles richtig. Dann müssen wir erstmal... Das wird festlegen. Ja, aber dann kriegst du das Schild nicht dran. Oder? Nee, das ist sich im Weg. Ja, weil das soll ja so sein. Ja, weiß ich auch. Warte mal. Ich guck mal kurz was. Vielleicht hab ich beim Torbogen einen Fehler gemacht. Nee, glaub ich nicht. Nee, dass da noch was drunter kommt, weißt du? Meinst du? Aber wir haben noch keine Telle mehr dafür. Ist alles schon so richtig. Wahrscheinlich ist diese olle Konstruktion einfach falsch. Dieses Ding hier. Das war von Anfang an verflucht. Ja, das muss weiter nach vorne, wahrscheinlich. Wahrscheinlich irgendwas ist damit nicht in Ordnung. Wie soll das? Nee, wenn das weiter nach vorne dann... Nee, das zeigt auch noch nach außen. Ja, wir haben es ja. Aber das ist ja nach außen, ja. Hm. Gehen wir den Torbogen nochmal raus, ohne große Probleme. Wie meinst du was? Ja, dass wir den nochmal bearbeiten können. Ich will mir den nochmal drücken. Ich glaube, dass am Torbogen was nicht stimmt. Das ist aber richtig. Das muss ja eine... Das ist schon so richtig. Aber der Haken ist wirklich doof. Nee, deswegen. Da ist mit Sicherheit was falsch dran. Diese Ecke hier. Das kann nicht stimmen. Da habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Glaube ich nicht. Ich kann es nicht urteilen. Dass das nicht passt. Lass uns das Tor nochmal raushalten. Ja, aber das ist doch so richtig. Oder wirklich, dass das... Das ist die Reihenfolge nicht hier noch. Verstehst du was ich meine? Nee, dass das wirklich weiter nach außen da ist. Nee, noch weiter nicht. Noch weiter kann er nicht. Nee, noch weiter geht ja nicht. Noch weiter kann er nicht. Aber dass die Reihenfolge hier nicht passt. Welche Reihenfolge? Lass mich doch mal gucken. Auf jeden Fall muss das halt mal abhieren. Fällt kein Video. Oh nein. So. Gib mir den mal her. Und den auch. So. Das ist der Bursche. Das ist der Bursche. Genau. Dieses Ding hier. Das ist der. Und das ist der. So. Wo ist der Haken für das Feuer? Ach da. Vor der. Ja. Wo ist das Zeichen? Das ist hier. Ja, siehst du? Mach doch gleich ein ganz anderes Bild. Meinst du nicht? Okay. Ja, man muss es halt einfach mal... Klar, das war alles richtig und super. Ja, natürlich. Ich denke mal, die Reihenfolge passte halt nicht. Und dann... muss man es halt nochmal auseinandernehmen. Das kennen wir doch schon. Ja, das kennen wir. Aber dafür passt es ja dann auch. Also beim Aufbau... aufpassen. Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. Ein bisschen Spannung muss erhalten bleiben. Die Folge ist ja noch lange genug. So, jetzt passt es super. So, jetzt haben wir... Tüte Nummer zwei fertig. Äh, drei. Stärchen haben wir dran. Stärchen ist dran. Ja, Tatsache. Tüte Nummer drei fertig. Cool! Und erste Etage fertig. Ja. Und wahrscheinlich ohne Fehler. Okay. Bis jetzt. Geiles Ding. Ja, dann würde ich sagen... Mit auf einen... Ne? Geiles. Hat was, ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Tüte Nummer vier. Bis dahin. Ciao!